Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ein Abschlussvideo zum Gewittersturm-Druiden. Und zwar hat es mich ein bisschen gefuchst, dass ich Malthas das letzte Mal im Stream, da war ich nur Level 80 oder so, oder Level... Ich glaube irgendwas mit 90 und da habe ich den nicht hinbekommen, da war der Bild aber noch nicht fertig. Und es hat mich sehr gestört, dass ich da so Probleme hatte. Widerstand immer noch nicht hoch und ja, allgemein war der Bild halt noch nicht fertig. Jetzt würde ich schon sagen, abgesehen von den Glyphen, dass der Bild relativ fertig ist. Und deswegen will ich ihr heute einmal mir selber beweisen und auch vielleicht für euch ganz interessant, dass ich Malthas mit dem Gewittersturm-Druiden jetzt easy peasy packen kann. Deswegen würde ich jetzt einmal hier die 4 Gewölbe machen und dann sehen wir uns bei Malthas. Ist natürlich ein bisschen blöd, da ich es alleine mache. Zu 4 ist natürlich viel besser, weil es 7 von diesen Kernen kostet, wovon man eh nicht so viele hat. Aber jetzt für das Video meist einmal alleine. Aber gut, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich bei Malthas bin. So, alle 4 Stück eingesammelt. Habt ihr das auch, dass die Server wie ein Sack Schrauben läuft irgendwie? Also es ist wieder sehr laggy. Ich hatte eigentlich... Da hat man es vielleicht auch gerade gesehen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es vorbei ist. Aber gut, gucken wir mal, ob wir den Boss trotzdem schaffen. Ich werde die gleiche Taktik fahren, wie ich euch das auch erklärt habe, wie man am besten mit gegen Maltha kämpft. Und zwar werde ich die Giftfalle erstmal ein paar Sekunden lassen und dann erst später... Ja, select übertrieben. Äh, die Giftfalle wegmachen. Kurz bevor er anfängt zu kanalisieren. Ich muss sagen, die, ähm... Die... Lags sind echt fies und krass. Also, das hätte ich so nicht gedacht, dass das so laggy ist. Also, so schlimm beim Boss. Also, dass man... Ja, eine Sekunde lang halt nichts machen kann. Das ist schon... Belastend, sag ich euch ehrlich. Gucken wir mal, ob wir trotzdem schaffen. Ja, lagts schon wieder. Also, ist ja fast unspielbar. Also, ist ja wie zu den schlimmsten Zeiten. Von, ähm... Diablo. Also, ich krieg's... Also, es laggt übertrieben, Leute. Ich weiß nicht, ob man's gut sehen kann im Video. Aber ich hab teilweise echt... Ne Sekunde, wo ich keinen Input machen kann. Da hat man's vielleicht auch gerade gesehen. Das ist ja übel unspielbar. Also, das Video... Wird fast eher ein... Die Server sind richtig krass down. Anstatt, äh... Nenn ich besiege Malpha Video Showcase. Also, ist ja schrecklich. Ja, es ist wirklich echt crazy. Also... Äh, ja, schreibt mal unten in den Kommentaren, ob das bei euch ähnlich ist. Also, es ist... Auf jeden Fall... Also... Oho, mir fehlen fast die Worte. Ist echt schade. Es ist echt schade. Weil man muss halt auch in seinem Spielziel dann voll einkalkulieren. Äh... Und das ist echt nicht so einfach, find ich. Wenn man dann vorausplanen muss, dass gleich eine Sekunde lag, das ist schon doof. Naja... Aber hier nochmal die Falle kaputt. Es ist select übertrieben. Ihr seht das ja immer, wenn ich auf einmal nicht mehr angreife. Das ist immer der Moment, wo... Es übertrieben am laggen ist. Naja... Aber er ist jetzt auf jeden Fall down. Und ich hab's mir selber bewiesen, dass der... Machbar ist mit dem Gewittersturm... Bild. Trotz übelsten Lags ist es easy machbar. Übrigens, Malfas ist der einzige, der diese Uber-Steine hier fallen lässt. Also, falls ihr wissen wollt, wo es diese Steine gibt, die gibt es hier nur bei Malfas. Deswegen... Auch etwas, falls ihr das... Ähm... Sehneschallkonstrukt... Ich hab so viel Soltenschutz verloren. Äh... Falls ihr das Sehneschallkonstrukt... Oh mein Gott, ich hab Junix bekommen. Geil. Beinschien der Reue. Wieso werde ich hier angegriffen? Von was? Ja, jedenfalls, wenn ihr das Uber-Unique haben wollt, dann gibt's das hier nur bei Malfas. Wieso werde ich hier von Eis angriffen? Das Game ist so kaputt, ich sag es euch. Ey, ich hab mir gedacht, wenn ich Malfas schaff, vielleicht schaff ich auch Uber-Lilith. Deswegen, guckt mal da jetzt mal rein. Ich glaub nicht, dass ich das schaff. Da fehlt mir wirklich Schaden. Ich hab's letzte Season einmal geschafft mit dem Aufwühlen-Barbar. Aber da hab ich die auch gewon-hitted mit 200 Millionen Schaden. Ähm... Das macht der Gewitter-Sturm-Barb hier nicht, auch nicht, wenn ich gottmäßig hier spiele. Aber... Just for fun, mal gucken, wie viel Schaden dabei rumkommt. Weil wurde ja auch extrem... Es ist so laggy. Wurde ja auch extrem genervt, die gute Frau hier. Also... Ey, Schaden ist nicht so schlecht. Wenn's jetzt nicht alle zwei Sekunden für eine Sekunde laggen würde? Warum nicht? Also... Sieht jetzt gar nicht so unmachbar aus, muss ich sagen. Was passiert hier? Ah, okay, ich darf hier nicht raus, man stirbt direkt. Aber erste Phase Half-Life. Leute, ich bin zufrieden mit dem Gewitter-Sturm-Bild. Da geht auf jeden Fall noch mehr Schaden. Wenn ihr Uber-Lilith mit dem Gewitter-Sturm geschafft habt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob das mit dem Gewitter-Sturm machbar ist. Und vor allen Dingen... Habt ihr auch so lags? Sind die neu? Also, das war doch vor zwei Tagen, als ich gestreamt habe. War das doch nicht so krass. Also, das ist wirklich extrem. Sehr... Also, sehr, sehr laggy. Würde mich sehr interessieren, was ihr... Ob das bei euch auch so ist. Ich bin übrigens jetzt live. Werde Malfas-Runs machen mit der Community. Und vor allen Dingen Duril-Runs. Ungefähr 20, 25 Rotationen. So 80 bis 100 Mal Duril und mein erstes Uber-Unique hunten. Ich hoffe, dass es Harlekin wird, Großvater oder Dumi. Ich habe dafür mir ein paar Bahnen gemacht. Wenn ihr da dabei sein wollt und mitmachen wollt, gerne mal Twitch abchecken. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen. Über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.